ARLIE 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 Komm, komm! Hey yo, chip mal, chip mal, ihr seid beide... Oh shit, du bist am Hals! Oh lord, oh lord, oh lord! Geh weg jetzt, ich geh nochmal graben! Digga, was machst du dir? Scrapte dich wieder! Oh, ihr seid so... gone... Ich, ne, alles gut bei mir, aber der Ali, der musste overextenden, weißt du? ARLIE 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 Alter, bist du locker! Was, gell? Geht weg, ah... ja, geht weg, sonst verliert ihr die Lane. Nein, chill, ich geh nicht weg. Aber leben. Ich geh auch nicht weg. Ali, ohne Spaß, du wirst jetzt voll overextended. Viel früher raus, viel früher, was ist los mit dir? Konzentrier dich! Nein, Digga, weißt du was ich habe? Ich habe cojones! Cojones! Du hast Lack, Alter, mehr hast du gar nicht. Doch. Arme in die Luft. Aber letztlich. Ey, Hooks bringt bei mir nichts, Digga, das müssen die jetzt mal checken. Nein, nein, mach mal nicht, mach mal nicht. Guck mal, wir haben jetzt hier ein viel größeres Push-Potential, Alter. Wenn du meinst. Ja, wenn er reinpricht, komm ich nicht ganken, ne? Äh, musst du nicht, wir brauchen deine Ganks nicht. Ist so, wir sind viel besser als du. Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. Erstmal am meisten, sagst du? Ja, ja. Digga, hast du ja gleich wieder ready. Boah, Alter, hier sieht man aber voll schwer, ne? Ja. Bisschen, ne? Ja. Das ist so ein Skin Advanced, ich weißt du? Äh, ich weiss, ich kenn die. Lux hat voll viele. Ja, Lux hat, ich weiß, ist das das da gar nicht? Naja, es gibt einen, du einfach, das fällt gar nicht auf. Naja, es ist nix einfach, oh f***. LOL. Null Autos, Alter, was da rauskommt. Siehste, bester Support EU-Welt, Alter. Okay, du hast noch kein Du, alles klar. Alter, wardet einfach nicht, wardet einfach nicht. Weil man keins abhat, du Otto, Alter. Fresse, Digga, du hattest auf jeden Falle eins ab, Alter. Alter, überhaupt nicht. Dumm? Jetzt hab ich eins, ich war leider nur noch über zwei Sekunden Cooldown. Äh, wisst ihr, ob die Poppy back gegangen ist, oder was hat die gemacht? Nö, ne, die ist im Dschungel. Ich hole meinen Red und hoffe, oh. Die sind in der Mitte. Okay. Okay, wo geht die jetzt hin? Geht die zu deren Blue? Dann snack ich mir die da an mich. Ja, die geht zu deren Blue. Mach ich straight dahin. Hallo, we will pull you up. We will pull you up. Yeah. Oh ja. Was? SS. Oh, lol. Ich hab so missklickt. LOL. Oh, ich hab so missklickt. Ich hab so, ich hab geflasht. Ali, fahren doch. Ja, sorry, Digga. Ich hab gerade... Holm, Junge. Sorry, sorry. Hast du gesehen? Will ich smiten? Flächig aus Versehen. Sehr gut. Sehr gut. Oh nein, 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 nein. Das war close. Das war close. Alter. Flächig auf der Stelle. Alles klar bei mir. Oh, Digga. Oh, Leute, eure Bot, ne? Ja, ja, chill mal. Syndra Bot war doch nicht so geil. Chill mal, spielt mal richtig defensiv, dann komm ich ganken. Alles easy. Oh, macht gar keinen Spaß Syndra Bot, ne? Alter, ich komm mir eigentlich in Range Shet Lux nehmen sollen. Oh. 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 Nein! Was trifft der Uhr so mich nicht? Ich hab jetzt das Schild einbenutzt gerade. Einbenutzt? Einbenutzt. Ja, Mann, einbenutzt. Halt die Fresse, Freddy. Genauso, wenn man Schuhe eintragen muss, muss man das Schild erst einbenutzen. Ja, aber was trifft der Wichser mich denn nicht? Oh, mein Freund, hast du den Damage gesehen und so, ne? Ja, ja. Wo geh ich denn? Ja, aber es kam von dir gar nicht. Komm ich dann mal weiter? Ja, du bist auch Sinn, Leute, also. Du musst auch sagen, wenn du aufreifst. Ich hab jetzt ehrlich gesagt, ich will mich gar nicht mehr auf Farmen konzentrieren. Ja. Easy kill. Ich glaub, hier war grad die Poppy. Ja. Ich hab keinen Wart ab, oder? Nee. Easy. Wusch mal nicht. Lass mal... Lass mal, lass jetzt mal nur. Echo, ich kann dir da echt nicht mit dem Boy helfen so. Da mit einem Schild ready, ne? Boah. Ich hab echt... Not enough life. Geh in den Busch rein und guck, dass du dich graben willst. Oh, warum fightet der denn direkt? Nein, Alter! Alter, hast du gesehen? Ich hab mein Schild angemacht. Und ganz genau da... Bruder, Bruder, Bruder! Ja, das Schild blockt doch den Kuh übrigens. Den, den... Das blockt alles, Digga, das blockt alles. Was machst du? Killen. Ne, doch nicht. Geh auf die, geh auf die, geh auf die! Bruder, geh auf die! Nein! Schnell, Digga! Geh auf die, geh auf die, geh auf die! Kuh, 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 Kuh! Du hast kein Mana! Ja, geh auf den! Komm, 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 Kuh! Nein! Bruder, was hast du? Machen wir das schlecht! Machen wir das schlecht! Das wäre so viel leichter gewesen, wenn ich irgendjemand die Jinx gebetet hätte, Alter! Digga, ich schlaf gleich ein hier in der Top! Will der hier nicht mehr draufgehen? Nein, dass die Jinx, äh, zum ersten Mal glaub ich gerade back ist, ja! Der hat jetzt nicht ganz so krasse Vorhine! Ja, aber die hatte Dings, die hatte ich gekillt und dann hatte die 15 Dings mehr, Alter! Du auch, Alter! Nein, Alter! Da ist jetzt dein Schnauze, ey! Was geht bei dir, Paddy, so? Na, ich wart hier im Busch! Und ansonsten? Alles korrekt bei dir? Lass uns ein bisschen unterhalten! Soll ich kurz zu dir kommen, bisschen chillen? Warte, warte! Jetzt geh ich, jetzt geh ich push die Wave! Jetzt geh ich pushen! Oh, lass die Wave doch pushen! Was denn? Bist du sicher, das Dings, Digga? Das was? Als ob der das weiß! Dass er das weiß, ob du da drin bist, so? Ich will, dass er den Echo-Focus bei dem... Ja, jetzt ist perfekt, jetzt ist perfekt! Weißt du? Oh, geh doch da rein! Achtung, Digga, ne? Oh, fuck! Ja, bitte! Nice! Muss ich nicht mehr Ulti benutzen! Oh, Leute, vorhin reingelacht! Ah, ich bin dead! Oh, Leute, was macht ihr die ganze Zeit mal ernsthaft? Ja, ich mach nix! Das war jetzt nicht ich! Wo ist unsere Wave da? Wo sterbt ihr? Das war jetzt nicht! Ja, ist ja gut, Digga! Was für ihr? Sag mal, nimm mal Singular, bitte! Ja, Teddy, Alter! Ist ja gut! Wie wärst du nochmal ein Bot? Ist einfach so! Ich würde was noch kein einziges Mal ganken, Digga! Lass uns dich graben! Lauf im Zickzack! Nein! Ich wollte gerade pushen! Fuck! Lauf im Zickzack! Ich wollte gerade nach hinten laden! Ich wusste der Gang nach geradeaus so! Und dann war leider schon... Der war zu nah dran, das ist das Problem! Der durfte dir nicht verfehlen, ja? Ja, Alter! Ist kein Ding so! Also du stehst zwar... Du stehst bei 0.4, aber es gibt Paddy die Schuld! Läuft, ne? Läuft! Ja! Ich hab ja nicht gesagt, dass du euch reinpushen! Ich geb Paddy die Schuld, Digga! Deswegen... Okay, okay! Ich hätte einfach Ding ins Lux nehmen sollen, aber das war zu spät die Idee! Ich hatte zu spät die Idee als Support zu gehen! Also mit Lux hätte alles super gelaufen, glaub mir! Weil damit habe ich die Range, damit bin ich am Poken, da verdiene ich Padda ordentlich! Aber gegen Blitzcrank hast du auch echt recht gehabt mit Syndra! Weil Blitzcrank ist so... Anti die ganzen Squishy-Subs! Hättest du jetzt irgendwie sowas wie Leona so gehabt? Ja, Mann, das wird chillig, Alter! Hättest du Leona... Ich hab jetzt noch keine Ulti, Digga! Da komm ich nicht mehr in Time hin! Aber ich kann gucken, ob hier ein Ward ist, dann clear ich das! Ja, hier ist ein Ward! Korrekt oder Korrekt! Ja, die hat ein Level-Vorteil! Gerd unnormal, ich bin Level 5, Digga! Hier ist auch noch Ward! Ja! Ja, ich brauchte den Fahnden! Ich war Level 5, jetzt bin ich Level 6, jetzt darfst du wieder! Machst du Dragon, Paddy? Mach mal Dragon, bitte! Du willst dir helfen bei Drake? Ja, geh du dir mal her! Ich geh helfen, du machst hier weiter! Komm, Paddy! Warte, ich komm! Ich mach... Ah, okay! Wir haben halt null Wischen! Ja, ich kann den Wischen! Kannst du einen Ward da hinsetzen? Nee, warte, 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 warte! Ja, die sind hier! Lass nicht machen! Lass nicht machen! Nee, ich hab nur gewartet! Ich hab gewartet! Nee, lass auch bitte nicht fighten! Die sind alle stärker als wir! Ja, der ist eh schon tot! Das wird so heavy! Ah! 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 Die sind alle hier, meine Dudes! Und du Deans! Die sind alle hier! Hat ein Crew! Ah, ich hab getroffen, Digga! Hast du das nicht gehört? Ah! Ah! Fuck, Alter! Handy in die Luft! Aber letztens! Ah! 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 Bruder, komm, komm, komm! Follow! 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 Oh! 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 GG! Damit hab ich nicht gerechnet! Wobei doch, aber das war zu spät, als ich damit gerechnet habe! Die haben sich einfach von mir attackieren lassen! Wir hatten die ganzen Kills da bekommen! Ah! Ja, Jinx hat S4! Easy! Von 6 hat Jinx S4! Das war der Plan! Die denkt, die ist stark aus! Boah! Ich hab keinen Bock, die sind! Ich komm überhaupt nicht in Range, Alter! Lukas macht das noch, Alter! Der carried das nach vorne! Ja, warte mal ab! Late Game, Bruder! Late Game! Warte mal gar keinen Bock, Alter! Die haben jetzt Mountain Drake! Toll gemacht, Pally! Toll! Ja! Ja! Kack, nur! Dude! Shit! Zu spät! Zu früh! Zu spät! Whatever! I don't care! Was haben die denn? A, P, A, D, A, A, D brauch ich! Amor hier! Oh, loll, alter! Was macht denn eine Puppe hier? Was machst du denn da, Alter? Wieso ist denn der Puppe in Busch? Du verwechselst dich schon wieder, alter! Der ist tot, der ist tot, guck mal! Geh da auch nicht hin, Digga! Was machst du? Loll! Loll! Ne? Ja, das war... Ist der fertig? Ja! Kowag! Kowag! Ah, die ist nicht hier, die Poppy. Warte, ich weiß über welcher Chef das ist. Ja, das war nicht so schlau, der Pick, aber egal. Mit wem redest du, Digga? Mit Rico. Ist Rico bei dir? Ja, es sind gerade ganz viele Menschen bei mir. Ah, ihr guckt... Nee, ihr nicht, die. Oh, lol. Voll die Loops, Alter. Was zockt ihr denn? Was zockt ihr denn, Harry Potter? Ja, was? Boah, du wirst ein Widerling, Alter. Das klang so riesig. Tschüss Janine, Annika, bis morgen. Tschüss Janine. Tschüss Janine. Tschüss Philipp, bis morgen. Ciao. Oh, Leute, der Mitte zerlegt einfach zwei auf einmal. Alter, die Jinx ist so hart gefeedet, ne? Ja, nee, sag an, wer hat das so getan? Ups. Und dann klaut der mir noch meinen Fahrein. Nein, ich bin Affair, Alter. Also, hol Ali. Wer ist derjenige, der gefeedet hat? Ja, nicht du, Alter. Sei mal leise. Komm, wir machen die jetzt. Ali, wir machen die jetzt. Weh, Digga. Ich bin drei Level unter der. Kann nicht sein. Du bist gerade mal ein Level. Du bist gerade mal ein Level. Es sind sechs. Du bist doch echt nur am Zerven. Es ist krassig. Die Minute 16, dann sind sechs. Respekt, Respekt. Ist so, ne? Ist gut. Komm, Ali. Wir machen die jetzt. Digga, die haben Maarten-Drake. Ali. Ja. Wir sind zu zweit gegen die. Die ist aber hier unzählig. Oh nein. Ja, warte doch mal. Aber ich kann sie dann nennen. Die sind nur zu zweit. Wenn die näher kommen, machen wir die. Leute, ihr seid da unten zwei gegen eins, ne? Außer der Papi ist bei euch. Oh Leute, Alter. Geh drauf. Guck, wer ist da mit drauf gegangen? Hast du gemerkt? Ja, Digga. Oh nein. Ihr seid halt echt von der Badness gesegnet worden, ne? Scheiße. Ja, guck mal, Muna. Ja, Mann. Ja, Ali. 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 Du scheiße, Ali. Oh. Nice one, nice one. Geil. Good job, Bro. Good job. Richtig aufregend, Junge. Richtig aufregend. Richtig aufregend, Junge. Könnte. Richtig aufregend, ja. Alter. Boah, das wäre echt geil, Alter. Ich meinte, ich sollte mir ein, ähm, ein Majors holen. Ich habe schon zwei Supports. Und sechs, also eigentlich ein Majors durch. Oh, ihr seid alle tot. Oh, ihr seid alle tot, einfach. Einfach alle tot. Einfach alle tot. Nee, einfach alle gar nicht. Alle tot. Bammtot. Und, gleich kommt der nächste. Und, und, und. Oh, kack nur, ey. Das war mehr als easy, Alter. Gerade mal eben drei Kids geholt. Ey, gib mal bitte den Grom. Ich brauche den Grom für Level. Hallo. Menschen. Achso, ja, hier, sorry. Korrekt, Team. Dankeschön. Nee, nee. Nee, nee, mein Freund. Nee, nee. Denkt der, denkt der. Ich wollte dir helfen, Bruder. Ja, ja. Ja, ja. Habe ich genau gesehen. Ich wusste, dass wir dann ankommen, wenn wir ihn nehmen wollen. Aber nichts, ich bin Syndra. Ich kriege zum Glück. Mit Syndra kriegt man das, was man kriegen möchte. Nicht, wenn ich gesmited hätte. Doch, auch dann. Alles klar. Ey, den nächsten Drag brauchen wir, ne? Dringend. Ist so. Paddy. 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 Das ist eine Message an dich. Das ist so, Paddy. Oh lolol. Okay, alles klar. Oh lolol. Dann sterbt man nicht so viel, damit wir dann auch irgendwie... Ich wollte mal Majors holen, Bruder. Ja. Ich habe gehört, für Majors darf man nicht so viel leben. Oh mein Gott, ich bin tot. Ah, Alter. Hä, ich konnte nicht mal mein Schild einmachen, Alter. Aber du könnt nur bist. Das muted mich. Das muted mich. Mein Schild, Digga. Das muted mich. Muted? Ja, wenn du muted bist, kannst du nicht kein Schild anmachen. Ja, aber das ist eine Ulti geht ja auch so, weißt du? Nee. Doch. Nee. Doch. Aber die sind auch mal drunter, meine Ulti eine Ulti und dann gehen wir es keine Ulti. Paddy, schon mal in Blue, okay? Weil ich sterbe nicht so oft. Ja, aber meine Ulti ist scheiße, weißt du? Deswegen sollten die mir eigentlich was Gutes geben dafür. Digga, Alter, die steht 7-2, Digga. Aber ich wollte den doch haben, Paddy. Ja, du wolltest denen bestimmt nur Jinx geben, Alter. Nein, ich wollte den doch nicht. Jinx hat eben Blue-Buff bestellt, hast du gesagt? Okay, hol ich. Ich komme hinter dir. Ich komme hinter dir. Ich komme. Ich komme, Bruder. Ich komme. Mach mal, mach mal was. Mach mal was. Ja, für dich. Delivered. Lool. Alles erst, alles erst. Alles erst, alles erst, alles erst, alles erst. Alles erst, alles erst, alles erst. Ah, fuck up, fuck. My life, war das knapp. Ne? Aber... Ey, pass auf, pass auf, er kommt links, oder? Das war alles kalkuliert. Ja, war gut gemacht. Wenn du alles kalkuliert. Dass du perfekt mit ganz wenig Leben überlebst. Das macht mich halt gut kalkuliert. Oh, nice, nice, nice. Förstet den. Förstet den, der ist los. Alter, ja. Nein. They call me professional. Ich komme jetzt nie. Pass mal auf, ich komme jetzt. Achtung, Achtung, Alter. Ey, die sehen, wo du bist, Digana. Ja, ist egal. Oh, was, der da ist nicht zu schwer? Drake ist ab. Ja, Alter. Warum stirbt der jetzt? LOL, nein, was? Habt ihr's gesehen? Ich hab nie getroffen, aber der hat einfach... Ich weiß nicht wieso, aber der hat einfach überlebt. Kann nicht sein, ey. Ich seh schon, wie wir alle stellen, Alter. Ich seh das schon. Ah, ich bin richtig gut gerade, Jungs. Ich hab einen Kill. Digga, du bist Löffel nachgezahlt. Ich hab einen Kill. So musst du das hin. Ja, ich hab drei und fünf Estes und keinen Tod. Easy. Ich hab 100er. Wir müssen, wir müssen... Oh. LoL. Wir müssen einen von den picken. Ja. Ja, die habe ich in D-Pack. Ja, klar. Ja, klar. Aber wir müssen es irgendwie schaffen, einen von den zu picken. Dann können wir Pressure für Dragon... Also wir müssen irgendwie Pressure für Dragon aufbauen. Oder wir gehen jetzt alle dahin. Okay, auf geht's. Aber wir müssen einfach... Ja. 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 Und da ist Poppy. Die kann den locker auszielen. Das meint er oder was? Das meint er oder was? Das meint er oder was? Ja, hier ist nicht... Ah, hier ist Poppy auch. Ja, ich geh einfach raus. Das meint er nicht. Ja, wir gehen einfach alle raus. Was? Ja, ja, easy. Aber... Poppy ist zu gefährdet. Ey da! Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Alter. Hätte er klappen können. Die hat fast auch den Echo gekillt. Ey Jungs, einer muss top gehen. Ja, ich bin mal... No way. Ihr könnt gucken, ob ihr die Poppy noch bekommt. Aber die macht echt mit Schaden. Passt auf. Und kickt Sylvia erstmal weit weg. Alles klar, ich bin die Poppy ist weg. Nein. Oh, der Yi, der ist halt gut am Split pushen. Die brauchen den nicht mehr für den Teamfight. Ja. Das Ding ist, Jinx übernimmt halt... Den Yi so... Ah, Mina kommen manchmal in Winischkeit wieder. Lucky. Lucky. Lucky Boy. Next Lucky. Wie wäre es, wenn wir hier mal einfach den Tower machen... Ja, dann musst du es machen. Die 21 Gold, die gönne ich mir. Komm drauf. Ah, boi! Ah, boi! Wenn du mit auf die Dorf gegangen wärst, der wär gestorben. Ja, aber ich wär auch gestorben. Und das war mir auch nicht. Worst geht, Alter. Ich hatte lange nicht mehr so gute Steps. Fuck, Digga, ey. Ich bin doch noch hart am Rasieren. Riechst nach Rauch. Ey. Boah, du riechst echt was nach Rauch. Boah! Boah! Du stinkst nach Rauch. Wow! Verleidige ihn nicht von der Familie. Boah! Riechst du nach Rauch, Alter! Boah! Das ist ein geisiger Rauchbomb. Ey, Digga! Ja, das geht gar nicht. Das ist gar nicht schön. Hab ich ja gemacht. Alter, der Küchen hat auch gebraucht. Boah! Ich muss Mutter holen. So, Ritter sind nicht aus. So, Dörg, das Dörg mit Garandre kenne ich. Dörg, das Dörg mit Garandre kenne ich. Dörg, das Dörg, das Dörg, das Dörg, das Dörg. Dörg, das Dörg, das Dörg, das Dörg, das Dörg. Ja. Der Baum raus. Voll. Fünfzehn Minuten. What? Echt? Leut, hab ich gesteilt. Nice one. Aber nice, wir rullen uns bei Transputation. Ja, Leute, ich spiel Syndra, gar kein Problem. Ja im tiefen Ende ist es auch noch stärker Das ist alles an der Sache wie es Late Game ist Leute wir haben 2 von den Down sogar 2 der stärksten Ja ich pushe jetzt Wenn der zu nahe, wenn einer von denen zu nahe kommt dann kann ich Bleibt weg von der Wall, die wird euch uns eh... ja mich gegen die Wall hauen Hä?! Alles klar, alle hauen ab Ja ich pushe Hm Boah Digga das hat voll weh getan Ich weiß gar nicht, brauche ich das überhaupt? Nein, nein Der ist voll bad, das lohnt sich momentan gar nicht Ich müsste eigentlich noch mehr Armour und AD gehen, ne? Nein Alter ich bin dead, ich bin dead Ey 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 unterstütze mich, komm mal hierher, komm mal zu mir Komm mal zu mir, komm mal zu mir Mach Ulti Hatte ich schon Ja du bist so dead, vor allem weil du immer näher an die Wand gehst Das gefällt der so richtig Du hast lange überlebt Aber du hast lange überlebt Dafür werden nur angefangen, was zu sagen Du bist nicht Oh! Oh! Super! Super! Na? Alter, alter! Nice, nice, nice! Oh shit! Ich hab das schon überlebt Jungs, meine Stealth gehen auch bergauf Zwei Zwei Oh oh, oh oh, oh 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 noi Egal, egal, drauf da Auf die Jinx natürlich Oh noo Und Zack Ja egal, geht auf die Jinx, Alter Ich muss raus, ich muss raus, das ist Ja, ciao Oh, oh, oh Ja, ohne den Wakehaus ist Ich will raus auf den Packen, Alter Es kommt, es kommt, es kommt Oh, wenn der Echo, wenn der Echo Ne, das Ja, aber Kein Lifeline Ich glaub Ich glaub, dieser Faultgrad hat die Botlane ziemlich gut beschrieben Äh, ja, sorry Ey, was ist denn zu mir die Schuld hier? Ey, Bruder, was kann ich dafür, wenn sie sich so eine Zivil an einem komischen Team in meinem Bot haben, weißt Du? Nö, ich mein nur das 101 am Ende zwischen Jinx und Sivir. Watt? Was gibst du mir die Schuld? Das 101 am Ende der Sivir, zwischen Sivir und Jinx hat so ungefähr die Botlinik geschrieben. Also du machst die Komplette, jaja. So Jinx 200 Leben, Sivir Full Life, 101, Jinx gewinnt. Die healt sich einfach um so viel wie unsere Dix Damage macht, das sah richtig gut aus. Aber es ist nicht meine Schuld, ich habe nicht so gefeatet, ja. Ich will nur sagen. Okay. Ja, glaube ich dir. War das nicht. Die stats sage nicht alles, okay? Ja, sagen, ja. Nur weil ich viele Tote habe, heißt nicht, dass ich Jinx gefeatet habe, okay? Alles klar. Ich habe dich nie geblamed so. Alter, wie provokant die da auf die Hand, Alter. Die tanz. Ja. Das macht die Freude. Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Ich schwör, ich habe das nicht gesehen. Ich habe das gerade gar nicht gesehen. Ja, lasst mal, Leute, lasst mal bitte Drag contesten. Lasst mal ein bisschen vision aufbauen, ein bisschen da rumchillen, dickholen. Okay, ein bisschen vision. Ich mache vision. Warte. Hat einer im pink, ich habe meins gerade verkauft. Aua, 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 Mama. Aua, ich sterbe nur durch die. Fuck. Das will mal nur Mord placen, weißt? Und dann kommt sowas. Boah, ich hatte lange nicht mehr so gute Stats, ich schwöre. 3, 11, 4 sagst du? Ja, komm, resetten wir den lieber. Weil gegen Jinx und... Hol den mal raus. Was für macht denn das? Mach den einfach, mach den, mach den, mach den. Ihr habt ja den gekriegt. Ja. Ihr habt ja den gekriegt. Ich habe Ulti, Alter. Sollen wir rein? Oh, der hier, Alter, der fickt da oben schon hart, so, ne? Geh da hin jetzt. Picke den, pass auf. Ich habe Exhaust, ich habe Ulti, ich habe alles. Ja, Exhaust bringt dich, soll er sein. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Wenn dann müssten wir die Jinx hier... Siehst du? Siehst du? Wieso? Ist der nicht gestorben? Ich meine Ulti, Amina. Weil Velcro seine Ulti hat. Mhm. Oh, der war nicht bad. Danke. Oh Gott, der war nicht bad, oder der hat was? Der war nicht bad. Nicht bad. Ach, nicht bad. Ahh. Ja, Leute, wir müssen... Now it all makes sense. Mal online, was gleich. Ne, jetzt echt voll engage'n. Naja, richtiges, richtig Salon, wie man hier läuft. Ja, wir müssen auf jeden Fall... Aua. Digga, wir müssen auch ein bisschen dodgen, ne? Wenn du schon 10 HP hast. Ja, entspann dich mal. Ich habe nicht nur 10 HP. Ich habe nur 602. Du hast ein bisschen untertrieben, ne, mein Freund. Ja, ich mag das nicht. Ach, fuck. Warte, noch eine, dann hast du 10 HP. Ich glaube, dann habe ich nur 1 HP, noch eine. Oh. Läuft. Ah, Mina. Guck mal, diese sch***en Teams. Guck mal, die sind jetzt einfach so kacke, ey. Das ist gar nicht sterb. Das hat mir... Ach so, das war die. Die ist alt. Wie so schlecht, ey. Hast du die Linksrat einen Triple Kill? Ich glaube nicht, aber die... Die brauchen auch keine Kills mehr. Oh, scheiße. Die hat gerade mal 3 Alzums. Wie die gleich abgehen wird. Das ist schlimm, ne? Weil nur 3 Alzums ist so krass. Lukas, hast du eigentlich jetzt schon dein erstes fertig, oder? Ja, ja, chill mal. Ich hab meinen 2. Ey, lol. Kann doch nicht sein, dass ich für einen deinen Mann... Der Echo, der Echo. Komm, bitte Echo. Wenn der Echo wie immer... Das klappt er nicht. Das klappt er nicht. Doch, doch, doch. Der kriegt ihr. Der braucht noch einen Dash. Ja. Und die haben einen Nasher. Ey, easy. Wir machen das nur einfacher von uns. Ja, das hat Poppy, ist nicht Nasher. Ja, Leute. Bitte voll Fokus auf Jinx. Full Fokus auf Jinx im Fight. Jo. Okay, gut. Ich komme. Ey, aber hier... Hier ist der Heat. Oh, fass. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme außer den Dach lang. Oh, lol. Lass mal probieren, Jetser umzuholen. Dann haben wir zumindest einen Splitpusher von denen weg. Ja, der haben schon die. Okay. Wir haben auch 0 Wischen, ne? Ja. Ich mache gerade. Ich mache gerade. Ich mache gerade. Junge, warte. Du kriegst gleich einen Knock von mir, Alter. Okay, mach mal. Komm her, du kriegst einen Google von mir, Alter. Ey, weißt du, dass du... Schlag dich. Komm her. Komm her, ich schlag dich. Ja, komm du her. Ich muss erst mal Jinx töten. Du... Ah... Ah... Ach, ist die... Läuft die ja irgendwo mit Lowlife rum, oder was? Ne, aber ich müsste die trotzdem töten. Eigentlich müsstest du die doch mit deiner Combo down kriegen können, oder nicht? Da war die... Selbst nicht, da war die. Pass auf. Oh! Lauf! Lauf! Der ist schon! Der ist dead! Der ist dead! Ick'ret! Ich zahlz! Ich zahlz! Ich zahlz! Nimm's! Wie gesagt, die muss man weggehen, die hat vieles für die Pudder, sage ich dir. Oh nein, ich wollte die eigentlich in die Jinx rankicken. Sehr schön, sehr gut. Das Problem ist, dass ich das Schild noch hatte von dem Dingenschild. Ich habe mich einfach gerade gewonnen, die Leute. Egal, wie die sich vorholt, ne? Naja, mit dem Bloodthester da. Müssen wir droppen. Kommen wir nicht, der gegen die Jinx Baron, plus... Ich komme, ich komme, ich bin da, ich bin da, ich habe Exhaust. Alter, fiel da mal nicht so hart rein. Was? Ich habe Exhaust benutzt. War voll... War voll dämlich, warum der, wer wurde denn da gecatcht? Ne, das war voll dämlich, da rein zu gehen, ich hatte halbes Leben. Wir müssen in den Hippie-Tor dürfen, aber kriegen wir auch nicht hin. Das sagst du so einfach. Ah, ich glaube, das haben wir verloren. Ne. Ne. Echt? Alter, ihr lacht jetzt so. Alter, Juh, hatten wir gerade Leben gezogen, mit einer, mit einer, mit einer Rocket. Egal, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Oh, Leute. Oh, Leute. Ich hab hier viele getroffen. Nein. Nein. Bitch, hat mich einfach gesniped. Ja, wir müssen Jinx cream, sonst kannst das... Ja. Jetzt können wir fighten, jetzt. Jetzt da, den da. Ist so so. Oh, ich kann schon mit der Klinik holen, aber ich muss in der Fall kein Schild haben. Der I, der I oben, der I. Oh, lol, ja. Ich geh hin. I, Leute. Holst du den auch? Ich versuch jetzt zusammen, okay? Nimm mal zuerst drauf, so, dann musst du einen Q in D verwenden. Lol, ja, verkackt. Alles klar. Oh, 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 oh. Ja, die haben halt ne Jinx oder die haben halt die, so. Ja, mit den beiden, ich hab's vergessen. Ja, Alter, helfen wir nicht, also eine, die 440 stelle. Ich schwöre, diese Sim hier, ne? Der hat wirklich gefuckt, der Botlane einfach unnormal behindert. Ohne Dieb wär gut, aber mit der. Weißt du, das Ding ist, ich steh halt jetzt wirklich frech vorne. Aber das ist nicht meine Schuld. Ich find, ich steh gut. Ich geh schön aus. Ich hab viele Zahlen bei mir. Ich hab hohe, viele Zahlen. Wenn man meinen summieren, hab ich viel. Wir haben zumindest schon mal besser gespielt, ja. Wer hat jetzt leid gesagt bei Bay Surrender? Ich? Was? Ich hab meine Zeit auch nützlich mit einem neuen Spiel benutzen können. Ich hab nicht auch das, was für Feiglinge. Das für CW, äh, das was für, äh, Zyndras, Alter. Ich hab' auch nicht durch den Weg gefunden, was für Kupfer ist. Ich hab' auch nicht richtig von hinten gearbeitet. Du kannst mich auch noch der Drake. hier ist Jinx, Vorsicht sie will eh auch nicht oh, die ist jetzt voll, glaube ich krass, der will noch einen halten oh leil, der macht mittlerweile auch gut schaden der werden mal alle gut schaden gegen den Team ne, der Twisted Fate ist eben voll useless wie ich einfach nicht mal die Minionerve stoppen kann ich könnte locker einen Panzer holen eigentlich, ne? ne, glaube ich nicht, weil wir haben Stunts leise Schritte ich habe auch kein Item wie Hüter oder so defen! def doch nicht, lass ihn einfach verlieren und versuch noch ein paar Kits zu holen nein, def doch ja, dafür bist du, oh schade für, für deinen defen hätte ich hier wirklich gegönnt, hätte der Jedi noch gekillt, ne? äh ja, ich gönne manchmal richtig jo, ich hoffe es hat euch gefallen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, haut rein! und bis zum nächsten Mal, 안녕하세요! Vielen Dank.